so meine herren willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Sims 4 hier auf einem wunderschönen Kanal wir sind hier wieder dabei nach Ewigkeiten mal wieder zu spielen wir gucken mal kurz sie ist sehr aktiv sehr aktiv geht es auch relativ schlecht gerade das ist die Frage warum ups achso weil es ihr nicht gerade gut geht gut dann kann man im Moment nichts machen für sie und ein bisschen warten bis er wieder aussteht denn wenn sie der repariert ja alles der will ja also ja klar ja wenn sie ganz ruhig das dauert mir alles zwischen jetzt ist sie sie ist beschämt privatstärkisch doch gar nie nein also ich bin immer noch traurig ja und beschämt bin ich auch weil ich dann gebe ich reingegangen bin obwohl ich nicht gut dann war es viel zu viel erfolge spult so wenn sie dann tun wir bitte hier um teile durchblendern danach wegwerfen und danach blase benutzen also glas benutzen ist das ja bescheid an haben wir in Richtung weihnachten jetzt sind weihnachten ach weihnachten ist doch was schönes oder was sagt ihr menschen menschen muss nicht der da sind tagesaufgaben fertig die die runde programmiert und was sind wir wir sind qualitätssicherung nien wir auch überprogrammieren kann man machen auch vielleicht eine runde mit einem Lama Rettungsfonds auch bin ich gespannt ob das klappt um oh hier sind noch mal eine Teile achso ne das kann man nicht das freut mich mal die Tali weg ja ich bin dann Rüli achten das war Rüli das war Tali ja bei der Rotary das ist ein bisschen schwer oh das ist ja hier achso wir brauchen noch einen Mülltonnen oh wo kommen die Bauern nochmal äh ja steckt in die Weide so wir brauchen noch einen schönen Müll ich bin gerade aufgestanden also bitte nicht so schlimm reagieren was haben wir denn hier Plastiktonne ganz und gar nicht Tonne auf Rädern ähm naja hier die ist bestimmt für draußen und das schön äh mal hier hin ab wieder zu meiner Familie so kann man hier zu lernen ja Müll lernen komm das ist verspiegelt tiefe Bindung ah oh irgendjemand oh du kennst niemand wenn wir auf Sonntag ich hab immer nie nachgeguckt wie ich Hausaufgaben mache bei ihr naja ich tue immer mal da trainieren die Gestütze die ist ja die sportliche von uns allen warum auch immer hm für die Gestütze würde ich auch mal Grenzen vorgeben die ist auch Schnelligkeit trainieren äh Situps da machst du mal die Gestütze ja jetzt trainieren bis an die Grenzen wenn du das schon kannst und guck mal wie lange schläft ein Tadi noch wie lange schläft ein Tadi noch halt das ist hier hinten sie ist gleich fertig danach geht es wieder aufs Klo danach äh wird bitte was gekocht öffnen achso ähm kochen Brühe und Speck haben wir eine Familiengröße konnte ich hier nochmal essen ähm im Prinzip das hier weg nimmt sich dann ein Gericht von dem Essen was wir gekocht haben dann muss sie wieder arbeiten ähm oh sie muss noch was schreiben und muss in 8 Stunden auf Arbeit äh ähm äh 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 da muss noch schnell die Gitarre das Geld haben ist die gute Frage ähm mhm wie kann man noch mitreden ich bin doch im spiel machen wir es mal so hier ist mir jetzt egal ist mir jetzt völlig egal wie das jetzt ist denn sie muss dann noch gleich haben wir irgendwo schon ein ach so und üben einfach üben sie räumt das hier noch weg oh sie geht jetzt schlafen sollte sich eigentlich noch was essen nehmen wenn sie wie jetzt hier du kannst auch noch was essen ich nehme jetzt reden wir gemeinsam sie spielt jetzt wunderschöne musik wunderschöne ist das andere frage das ist hier Glücksgefühl ruhig sind positiv okay das sind wir bloß okay wie sieht es mal hier aus hat sie jetzt langsam die dings fertig arbeit 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 25% ja dort in dem Moment müssen wir fertig haben ich weiß nicht wie man jetzt die Hausaufgaben macht guck mal her wir fragen einfach mal google okay google sims 4 Hausaufgaben laut chip praxistipps Hausaufgaben in sims 4 erledigen wählen sie das gewünschte kind aus und öffnen sie sein inventar klicken sie dann auf das heft oder buch und wählen sie die option Hausaufgaben machen sind die kinder wenig motiviert muss ein erwachsener nachhelfen ha wunderschön motiviert sind sie ja eigentlich ist sie ja zwei übriger Mensi hatte noch nie genau jetzt komm Mensi Mensi wie bist du du bist angespannt nimm ein schönes Paar du sitzt ich vom Fernseher ja komm nimm mal vom Fernseher aber nahe schauen kommen die das ist vielleicht was gut nächste Zeit wird auch vielleicht neue nöse ist so reinkommen ganz schönes aber kombusik was eigentlich keine Komitär ist aber nö ist mir egal so was haben wir hier wir haben Teil für den Termin da wir verbessern probieren was kann man hier verbessern hier kann man hier kann man Okay, dann verbessern können wir die Grauen. Achso, wir haben hier schon, ähm, verbessern müssen wir mit dem Tod. Dann geht das nämlich nicht ganz schnell kaputt. Was damit machen wir im Weltbeziehung? So, dann sehen wir ja, Tali, äh, gut, und ja, bis fertig. Nee, Tali, ich verwickelt die alle. Sie müssen in zwei Stunden, wie geht es ihr? Perfekt? Perfekt. Ähm, blau-sozial, können wir auch nochmal mit Mensen noch ein bisschen reden, ein bisschen positiv, können der Tag schön an, tiefkündige Unterhaltung, dass wir noch da brechen, und siehst. Ich glaube, siehst es hier rum, also, wenn sie es so weg gibt, also es soll auch ein bisschen wieder positiver werden zwischen den beiden, die sollen ja, nehmen, äh, immer, immer gleich, äh, ihr, wie schon, äh, wie schon. Ja, hier müssen wir ausbauen, oh, ich will eine große anbieten. Ich will eine große anbieten, weil sie, ne, wo? So, Olivia, du hast, geh, dann geh, dann geh mal, schlafen, okay, und so, irgendwie, die folgen, und sehr gut. Ähm, so, sie müssen gleich zur Arbeit. Was macht Mensen dann in Zeiten, wenn Mensen tut natürlich beide programmieren? Hätte ich das gedacht. Spiel, Karriere? Job suchen, Job suchen. Nee, komm hier nicht. Spiel modifizieren. Äh, Sims Go. Oh. Ja, ist ein Anruf gekommen. Ähm, wir können ja hier wieder einstellen, irgendwo bei Promis einschmeicheln, ruhig angehen lassen, fleißig arbeiten. Fleißig angehen. Kollegen, brauchst du nicht mehr, er brauchst du Kollegen. Ja, bevor, komm, kann schon mal den Kollegen. Können wir ja eigentlich schon so gut wie aufhören, weil, ähm, mehr passiert heute nicht. Was ist das hier? Teenie? Ja, Max, sie. Ui, Mensen geht's ja gar nicht gut. Ähm, verwenden und dann bitte schlafen. Bevor ich mir jetzt noch ein bisschen machen. So, können wir hervorspulen. Mehr passiert erst mal nicht. Leute, ich weiß nicht, wie lange der Partei gerade gegangen ist. Lange sicherlich nicht. Ähm, Sims aber wie gesagt immer so ein Spiel für mich. Äh, da passiert eben nicht so viel. Oh, sie trinken jetzt schon selbstständig. Das ist ja... Dann muss gleich zur Schule, das ist... Ja, und dann haben wir den nächsten Partei mal dann die Schule. Dann haben wir... Sie kommt wieder. Na, dann, Mensen muss auch immer mal arbeiten, sicherlich. In dreieinhalb Jahren. Boah. Kurze Stunde, ne? Gut, ja. Dann ist ja neun Stunden weg. Wir haben alles fertig, ich programmiere, alles gut und schön. Wenn euch der ganze Part verhalten hat, dann kommt dann rum, wenn ich denn da unten schreibe, dann kommt darum, wenn davon sind wir auch nicht. Und dann müssen wir mal zack, der Mensen. Ciao, ciao.